Ihr verdammten Jugendlichen, habt keinen Respekt vor den Älteren! Halt's Maul! Drachen steigen, Drachen steigen, heute lass ich meinen Drachen steigen. Blauer Drachen, bla 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 bla, was zur Hölle ist das? Dein Opa stirbt und ich will mich nicht weiter um ihn kümmern. Komm schon, Mom, ich will seinen stinkenden alten Arsch nicht in meinem Haus. Nimm ihn. Du nimmst ihn. Du. Nein, du. Niemals. Niemals. Gut, renn bloß weg. Ich näh' dich nicht, Mann. Guuuut. Was ist das? Das ist mein Großvater. Ich muss mich um seinen sterbenden Arsch kümmern. Was zur Hölle ist das? Alter, das ist ne Liste. Da stehen alle Sachen drauf, die er tun will, bevor er stirbt. Aber er ist noch nicht fertig. Wir sollten sie für ihn beenden. Ist es das, was du willst, Großvater? In Ordnung. Als erstes auf der Liste steht, stelle dich deiner größten Angst. Wovor hast du am meisten Angst? Aunt Jemima. Du hast Angst vor Sirup? Nein, nein. Ich hab Angst vor ihr. Ihr Gesicht ist auf dieser Flasche und sie grinst mich an. Und egal, wo ich hingehe, ich fühle, wie diese Augen in meine Seele hineinblicken. Also, hast du Angst vor dem? Nein, küss sie. Nimm das weg von mir, Anthony. Wenn du dich deiner Angst stellen willst, musst du sie küssen. Ich kann nicht. Tu es für deinen Großvater. Nein. Nein. Nein, nein. Ich will sie nicht küssen. In Ordnung also, nur noch 30 weitere. Als nächstes steht hier, einem kleinen Kind die Süßigkeiten stehlen. Sweet. Kein Wunschmeil beabsichtigt. Ha! Gib mir das! So, wie hat der Cookie geschmeckt? Können wir einfach diese blöde Liste vollenden? Nein. 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 Scheiß Barbara Streisand. Nun in Ordnung. Das letzte auf der Liste ist Katzenstreuessen. Was? Ja, ich hab hier was vom Nachbarn. Aufessen. Ich hab deine blöde Liste verendet, Opa. Ich hoffe, du bist glücklich. Tut mir leid, Alter. Scheint so, als hätten wir es nicht rechtzeitig geschafft. Weißt du was? Bevor das mit der Liste angefangen hat, dachte ich, dass mein Opa ein Loser sei. Aber ich glaube, ich hab ihn einfach nicht verstanden. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Zeit mit ihm verbracht, bevor er... Ist auch egal. Ich seh dich später, Mann. Er ist voll darauf reingefallen. Was für ein Idiot. Wer fällt schon auf solch einen Streich herein? Hat der auch das Katzenstreu gegessen? Ja, du hättest ihn mal sehen sollen. Ich hab ein Stück Katzenscheiße in meinem Mund. Oh, passt auf, Leute. Einen letzten Streich habe ich noch. Großvater, du warst ein großartiger Mann. Ich wünsche dir... Um verpatzte Aufnahmen zu sehen, klick einfach auf dieses Video oder auf den Link in der Videobeschreibung und besuche auch meinen Shop. Danke fürs Abonnieren. Also wer will heute Drachen steigen lassen? Denn heute steigen Drachen in die Luft.